Hi Friends und herzlich willkommen zu Teil 2 des Catrice Sortiments Updates Frühling-Sommer 2023. Es fällt mir ehrlich gesagt immer ein bisschen schwer, jetzt schon von Sommerprodukten zu reden, aber guess what? Das ist völlig egal. Am Montag ist bereits ein anderes Video-Unleingang, also falls ihr das verpasst habt, schaut euch das gerne im Anschluss oder jetzt davor noch einmal an, damit ihr einen Teil der sehr spannenden Produkte seht. Heute haben wir den Fokus auf Haut, auf Pflege so ein bisschen, auf Lippen und wieder auf den Augen. Also wieder sehr differenzierte Produkte und ich bin gespannt, welche euch davon am besten gefallen. Ihr habt es bereits bei TikTok oder Instagram gesehen, ich habe euch da auch schon ein paar Dupes gezeigt und auch verglichen, denn das Update ist für mich so ein kleines Dupe-Update und das liebe ich natürlich sehr. Es kommt wie gerufen, ihr liebt Dupes, ich liebe Dupes und gerade jetzt ist es wichtig, dass man auch vielleicht mal ein paar Alternativen zu teureren Produkten hat. Ich würde vorschlagen, wir quatschen gar nicht so lange und hüpfen direkt ins Video. Ich habe zwei Produkte für Skincare. Einmal ist es das Pore, Ultra Minimizing Serum mit 10% Niacinamiden und 3% Evermatt. Das soll die Poren straffen und die Haut mattieren. Das würde ich jetzt ungerne benutzen, weil meine Haut sehr, sehr trocken gerade ist. Ich habe gestern von Drunk Elephant mein liebeses Peeling gemacht. Das ist das hier, ich liebe das und da ist die Haut natürlich danach immer sehr gereizt und ich bevorzuge dann ein bisschen Pflege. Deswegen gibt es aber noch was anderes. Vorher aber auch einmal nochmal hier, hier sind 30 Milliliter mit drin und das hat Niacinamid enthalten. Das soll die Haut innerhalb von sieben Tagen sichtbar die Poren verkleinern. Klingt erstmal spannend. Wenn ihr das habt, schreibt mir gerne in ein paar Tagen nochmal eine Review dazu. Übrigens, ich hatte schon wieder ein paar Nachrichten bekommen, ja, aber in meinem DM oder in meinem Rossmann gab es die Sachen noch nicht. Das dauert manchmal ein bisschen. Also die Produkte kommen jetzt alle, ich glaube in dieser Woche, in die Drogerien und dann dauert es natürlich, bis es aufgebaut wurde. Kleine Empfehlung, wenn euch Produkte wirklich interessieren und ihr sagt, boah, nice, das will ich haben, bestellt bei Catrice online. Ich glaube ab 25 Euro ist E-Versand kostenfrei. Damit habt ihr die Produkte wesentlich schneller, bevor sie, wie beispielsweise sehe ich schon kommen, diese Holiday Skin Palette ausverkauft sein wird. Nur als kleine Info für euch. Okay, wir starten mit dem nächsten Produkt und das ist der The Smoover, ein Plumping Primer Konzentrat mit veganem Kollagen. Das soll ein aufpolsterndes Grundierungskonzentrat sein mit veganem Kollagenersatz. Füllt feine Linien optisch auf, Verträglichkeit hautärztlich bestätigt. Ist vegan, ohne Mikroplastik, ohne Parabene, ohne Mineralöle und silikonfrei. Das ist sehr spannend. Made in Spain. Eine Sache ist mir echt aufgefallen, das finde ich persönlich super, super gut, dass fast alle Produkte mittlerweile, vor allen Dingen was flüssige Produkte angeht, also Primer, Lipglosse oder gebackene Produkte in Europa produziert werden. Das ist ganz einfach zu begründen, Lieferungen. Denn die Lieferungen aus China sind mittlerweile so unzuverlässig geworden, dass man sich umschaut nach Alternativen. Und dadurch sind natürlich auch Preissteigerungen nötig, weil einfach in Europa zu produzieren immer noch teurer ist als in China. Also wenn, einige hatten sich auch geärgert darüber, dass viele Firmen die Preise erhöht haben. Denn entweder du hast Produkte mit einer noch besseren Qualität und das merkt man, finde ich, auch. Oder du hast halt billigere Produkte, weißt aber nicht, ob sie wieder im Suezkanal stecken bleiben. Ich nehme so ein bisschen Primer. Er riecht jetzt tatsache auch nach nichts. Und ich verteile mir das erstmal überall. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht so viele kleine Linien und Fältchen. Vielleicht kann man den aber trotzdem gut als Primer benutzen. Er fühlt sich auch nicht silikonig an. Eher wie so ein Gelkonzentrat. Bin überrascht. Also er riecht wirklich nach gar nicht. Er riecht nicht mal kosmetisch. Das ist wirklich wie Wasser. Fühlt sich aber auf den ersten Eindruck tatsache sehr, sehr gut an. Den würde ich jetzt auch einmal ganz kurz so ein bisschen drauf lassen, während ich meine Base vorbereite. Denn dann, Freunde, wird es aufregend. Als Foundation benutze ich auch hier heute wieder das Tinted Serum. Ich liebe das. Also mittlerweile habe ich das jetzt seit vier Wochen, glaube ich. Und ich benutze es jeden, jeden Tag. Das hat Tatsache jetzt so von den ersten Tagen auf jeden Fall meine Sensai Foundation. Diese hier. Ich liebe die. Das ist meiner Meinung nach der beste Skin Tint aus dem High End Bereich. Wundervolle Foundation. Ist noch ein bisschen glowiger als die jetzt hier von Catrice. Aber ganz ehrlich, also ich werde die jetzt leer machen. Und jetzt brauche ich mir die... Ich habe überlegt, ob ich sie mir nachkaufe, wenn sie leer ist. Weil ich sie so, so gerne getragen habe. Werde ich nicht tun. Ich habe den Concealer jetzt einmal aufgetragen. Und lasse den auch ganz kurz antrocknen. Denn wir haben ein neues Puder. Das kommt mir ein bisschen bekannt vor. Ich glaube, so etwas Ähnliches gab es auch auf jeden Fall schon mal. Das ist das Invisible Matte Loose Powder. Long lasting soll das sein. Das soll ein mattierender, loser Puder mit Weichzeichner-Finish sein. Geeignet für die Baking-Technik. Zum Fixieren, Setten von Make-up und ohne Flashback-Effekt. Also das ist schon mal ganz gut. Weil da siehst du, dass sich jemand hingesetzt hat und überlegt hat, was könnte das Problem davon sein. Ich vermute, dass es nicht zum Baking geeignet ist. Dafür sind diese Puder meistens viel zu fein gemahlen und zu transparent. Wir probieren es aber. Also ich bin ja hier offen. Ich gehe ja mit offenem Herzen an die Produkte ran. Ich habe das nur schon einmal benutzt auf der T-Zone. Das zeige ich euch auch gleich als erstes, dass ihr den Effekt einmal seht. Ich hole ein bisschen raus. Es ist extrem fein gemahlen. Es fliegt auch schon. Und ich lasse das auch das bisschen hier in dem Deckel. Und nehme jetzt einen fluffigen Pinsel. Und arbeite das Produkt richtig schön in den Pinsel ein. Und klopfe dann ab. Und dann schauen wir mal auf der Stirn. Ja, es mattiert halt sofort. Ich gehe erstmal mit einer leichten Schicht hier unter den Augen. Und ich habe einen Trick, Freunde. Vielleicht habe ich euch das Video schon bei TikTok hochgeladen. Es ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen, als ich das gesehen habe oder gehört habe. Viele, wenn ihr baked oder wenn ihr mit losem Puder unter die Augen geht, dann passiert es, dass es unter den Augen immer so ein bisschen teigig und sapschig aussieht und nicht schön aussieht. Und das Problem ist, und das war so krass dieser Satz, den ich gehört habe, wenn ihr Nudeln oder Teig macht und Mehl und die flüssigen Produkte, Eier, Milch, Butter zusammen packt. Was passiert? Das verklumpt, weil ihr zu viel von der Flüssigkeit und zu viel von dem Puderzeug zusammen macht auf einmal und sich das nicht gut miteinander mischen kann. Wenn man Mürbeteig macht, glaube ich, macht man ja immer nur ein ganz, 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 ganz kleines bisschen nacheinander ran. Und so handhabe ich das auch mit Pudern mittlerweile beim Setten. Ich gehe erst mit einem losen Setting Puder unter den Augen lang und fixiere den Concealer schon mal, dass die obere Schicht schon angetrocknet ist. Also es hat definitiv mattiert. Ich glaube, ich habe die falsche Farbe vom Concealer benutzt. Deswegen würde ich jetzt mal mit meinem Baking Powder nochmal lang gehen. Und dann sieht der untere Augenbereich auch nicht ganz so crusty aus. Probiert es mal aus, vielleicht hilft es euch ja. Mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr geholfen. Zurück zum Puder. Ich mag es nicht für unter die Augen. Für die Stirn, für den T-Zone-Bereich top. Also das ist dafür auch wirklich gemacht. Ich glaube, zum Baking ist das nichts. Und es ist auch sehr, sehr voll. Und das fliegt alles so ein bisschen raus. Ist jetzt ehrlich gesagt nicht mein liebstes Puder. Aber es kann mir auch nicht immer alles gefallen. Ich nehme jetzt erstmal hier noch so ein bisschen weg und lasse das Baking Puder unter den Augen rauf und freue mich riesig, dass es dieses Schätzchen hier gibt. Das ist der neue Cheek Lover Marble Blush. Wir erinnern uns an den Cheek Lover. Der war überall super beliebt. Und der sieht jetzt so aus. Und der ist fast exakt dasselbe. Exakt dasselbe wie der aus der Hourglass Palette. Das ist Strobing Blush in der Farbe Vibrant Heart. Also das ist so nah dran, das ist schon fast, schon fast gruselig. Aber Freunde, wir lieben es, günstige Alternativen zu finden. Und deswegen nehme ich jetzt einen fluffigen Powder Brush. Bei den gebackenen Produkten empfehle ich euch immer, oh, nice Farbe. Empfehle ich euch immer am Ende das Gesicht zu setten, weil einfach gebackene Produkte nochmal anders auf Feuchtigkeit reagieren. Der hat einen ganz, ganz zarten Schimmer drin. Also kaum wahrzunehmen. Und der passt sich sehr, sehr gut der Haut an. Ich bewerte ihn aber erst, wenn ich mein Make-up wirklich gesettet habe. Und damit nehme ich auch gleich meinen Baking Powder weg. Und jetzt liebe ich die Base sehr. Die ist sehr, sehr matt und sehr, sehr smooth. Unter den Augen hat es jetzt auch gut funktioniert. Wie gesagt, ich mag diese losen Puder nicht, aber das Ding hier, Freunde, ist der Shit. Das ist, also wenn euch der Ton von Hourglass interessiert hat, kauft euch das. Hourglass ist eine gute Marke. Die machen tolle Produkte und die haben es verstanden, mit Licht zu spielen. Aber, trust and believe, nicht für 60 Euro. Ich weiß nicht, was ihr da reinmacht, aber da ist nichts drin, was 60 Euro wert ist. Für 60 Euro kriege ich ein Gramm Gold. Ne? Also, um das mal überspitzt zu sagen. Und dafür ist es wirklich gut. Das TikTok, ich habe es noch nicht gedreht, aber die TikToks mit meinen Dukes gerade sind sehr, sehr beliebt bei euch. Vielen, vielen Dank dafür. Ich werde es euch dann nochmal zeigen. Ich werde noch ein bisschen Bronzer ins Gesicht kriegen, weil ich es sehr platt aussehe. Und nehme noch den Rest von dem Holiday Skin Bronzer, den ich hier am Pinsel drauf habe. Nur so ein bisschen. Also, man merkt schon, die Produkte sind sehr sommerlich, ne? Also, auch so von den Farben und von den Texturen her sehr, sehr schön. Es gibt noch eine Palette. Das ist eine Lidschattenpalette. Da ist aber auch ein Blush und ein Highlighter mit drin. Und der ist extrem icy. Ich swatch ihn euch einmal ganz kurz. Also, das ist pures Silber. Wenn ihr sehr, sehr hell seid, könnte das ein perfekter Ton für euch sein. Er hat so einen leichten goldrosanen Reflex. Ich glaube, ihr könnt ihn kaum erahnen. Da gehe ich hier nur so ein bisschen mit dem Rest. Also, da bin ich jetzt wirklich sehr, sehr vorsichtig rüber. Schöner Highlighter. Der Blushton ist auch süß. Der ist allerdings matt. Und ich bin eher so ein Freund von ein bisschen blushigeren Tönen. Aber wenn wir schon mal hier sind, können wir natürlich auch diese Palette benutzen. Ich bin ehrlich, die finde ich nicht ganz so ansprechend wie die andere. Ich habe mir aber auch schon die 500 Box, die neu gekauft. Das ist halt eine sehr, sehr kühle Palette. Und im Prinzip kann ich nur, also den Ton nicht benutzen. Deswegen gehe ich gleich in die Farbe Calm. Und setze mir den in die Lidfalter. Die Texturen sind gut. Also, das ist eine schöne Palette. Auch eine schöne Palettenkombination. Auch die erinnert mich farblich so ein bisschen an die Natasha Denona Mini Retro. Und die ist sehr pigmentiert. Uh. Sehr, sehr schön kühle Farbe. Also, es geht schon wirklich in diese graue Richtung. Sehr pigmentiert. Ich nehme einen sauberen Pinsel und blende das Ganze leicht mit der Farbe Pure aus. Pure geht eher so in diesen cremigen Knochenton. Ja. Ist, das ist nicht meine Farbe. Aber was man machen kann, ist, man kann beide so ein bisschen mischen und dann hast du einen etwas helleren Grauenton und dann passt das auch ein bisschen besser. Ansonsten, die Pigmentierung ist aber gut. Also, auch bei diesem Knochenton seht ihr, dass der selbst diesen grauen Ton abdeckt. Ich würde jetzt direkt in die Farbe Glory gehen und die auf mein bewegliches Lid tupfen. Ja. Ist halt ein recht schlichter Look, würde ich jetzt sagen. Aber ist okay. Manche mögen das. Ich gehe jetzt noch ein bisschen mit Luminous Rose ins Zentrum, um hier noch einen kleinen Highlighting-Effekt mit reinzusetzen. Und dann wäre es das Tatsache auch schon gewesen. Also, viel mehr kann man damit nicht machen. Die Farbe Magnolia ist eine sehr, sehr schöne Farbe. Aber die passt meiner Meinung nach nicht so gut in dieses Farbschema rein. Nicht so schlimm. Ich mache den unteren Wippernkreis und dann machen wir einfach weiter. Und wie gesagt, ist jetzt nichts spektakuläres, die Palette. Aber das ist in Ordnung. Also, es muss mir auch nicht wirklich alles gefallen. Ich glaube, dann wird es auch irgendwann einfach ein bisschen komisch, wenn mir jedes Produkt immer wieder gefällt. Wir haben Eyeliner. Ich habe nur drei Farben. Es gab aber noch ein paar mehr. Das sind die Calligraph Artist Mud Liner. Ich habe die jetzt in Orange, in Braun und in so einem Petrol-Ton. Finde ich sehr, sehr schön. Den würde ich jetzt Tatsache auch gerne benutzen. Ich glaube, der passt dazu ganz gut. Es gab noch in Gelb, in Hellgrün, in Dunkelblau, in Schwarz und Weiß, glaube ich auch. Die sind sehr, sehr gut. Ihr habt so eine klassische Eyeliner-Spitze. Und drückt mir die Daumen, dass es klappt. Ich übernehme keine Haftung. Ich würde sagen, ist okay. Was mir sehr, sehr gut gefällt, ist, dass er sehr schnell antrocknet. Und da er dann natürlich nicht so stark oder das ist nicht so schnell passiert, dass er schmiert. Mag ich sehr, sehr gerne. Was mir daran gefällt, ist, dass du natürlich auch über Lidschatten gehen kannst. Und das funktioniert Tatsache nicht bei jedem Eyeliner. Ich mag die Farbe sehr gerne. Ich finde die Spitze auch sehr gut. Ich bin jetzt nicht die größte Eyeliner-Maus, Freunde. Das wisst ihr mittlerweile. Aber dafür zeige ich euch natürlich auch gerne nochmal die anderen Farben. Das ist ein sehr, sehr schönes Braun. Und ich habe hier noch Setting Sun. Geil für den Sommer. Nur diesen Liner aufs Auge. Nice. Als Mascara benutze ich jetzt nochmal hier die False Pure Lashes. Was mir daran auffällt, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Ich weiß nicht, sind da Fibers mit drin? Also es sieht so aus, als wären da Mascara-Fasern mit drin. Aber ich glaube, das ist nur die Formulierung. Und dann sieht der ganze Look gleich noch ein bisschen spektakulärer aus. Es gibt nämlich die neuen Intense Matte Lip Pants. Und ich meine, dass Nars ähnliche hat. Und die kommen auch in extrem vielen Farben. Und ich swatche euch einfach, weil die echt spannend sind. Kleiner Nachteil, du brauchst einen Anspitzer, der diese großen Pants anspitzt. Ich glaube, Essence hat aber einen. Die sind sehr spannend. Also das ist Holz. Die sind auch, glaube ich, gemacht in... Uh, mit in Brasilien. Das ist neu. Das haben wir noch nicht gehabt. Okay, krass. Wir starten mal mit der hellsten Farbe. Cinnamon Spice. Das ist ein recht kühler Ton. Und ich glaube, dass man die auch sehr, sehr gut mit den Invincible Muts, mit diesen Lippenstiften benutzen kann. Sehr, sehr schöne Farbe. Ich hole euch gleich nochmal nach an. Coral Vibes. Sehr schöner Ton. Pink Pink. Das ist was für meine Mutter. Den lege ich gleich zur Seite für sie. Ähm, Get Ready. Hot Red. Very Berry. Sehr schöne Farbe. Oh, ich glaube, die will ich. Aber die ist, glaube ich, vielleicht ein bisschen zu dunkel. Vielleicht kombinieren wir. Und ich habe hier noch Mocka Me Happy. Ist auch ein sehr dunkler, nudiger Ton. Geht so ein bisschen in die schokoladige Richtung. Ich glaube, ich will einfach mal was Spannendes probieren. Die werden tatsache optisch matt. Ich weiß nicht, ob sie antrocknen. Aber das ist im Prinzip die Kombination aus Lippenstift und Lip Liner. Ich nehme jetzt hier erstmal Mocka Me Happy. Schöne Farbe. Sehr, sehr kühl. Dunkler als gedacht. Und in die Mitte gehe ich mit Cinnamon Spice. Und ich will ein bisschen hier noch Coral Vibes reinmischen. Einfach für so ein bisschen mehr Farbe. Fühlen sich sehr gut auf den Lippen an. Ist natürlich ein etwas matteres Feeling. Ich finde, auf den Lippen sehen sie auch matter aus. Jetzt hier als hier auf der Hand. Ich glaube, ich kann man sehr, sehr schöne Sachen machen. Und das ist wieder das, was ich vorher gesagt habe. So ein bisschen dieses Beauty on the go. Wisst ihr, was ich meine? Man hat schnell was. Das kannst du in die Tasche machen. Das wiegt ja nicht viel. Und dann kannst du zwischendrin einfach mal so ein bisschen Farbe mit dazugeben. Finde ich ganz spannend. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Made in Brasil. Sowieso eine spannende Sache. Vielleicht sollten wir uns mehr wieder... Ich hatte mal am Anfang meiner YouTube-Zeit so eine Beauty-Reihe. Da habe ich Make-up aus dem Ausland getestet. Vielleicht sollten wir das wieder tun. Und das Puder, das Invisible Puder, gefällt mir ehrlich gesagt jetzt auch auf die Dauer nicht so auf meiner Haut. Wir haben aber noch was. Und auch das ist etwas recht Spannendes. Und das sind die Plump It Up Lip Booster. Gibt es mit... Sind alle mit Menthol. Also auch hier wieder dieser Plumping-Effekt. In schönen Farben. Ich lasse die jetzt mal noch zu. Aber ich zeige sie euch einmal. Wir haben hier so einen etwas gold-orangenen Ton. Fake it till you make it. Und wir haben einen etwas pinkigeren Ton. Good Vibrations. Wir haben Potentially Scandalous. Geht so ein bisschen in die rote Richtung. Overdosed on Confidence ist ein Pink. Und wir haben einen durchsichtigen, mit leichtem goldenen Reflex. Popping Champagne. Ich würde jetzt tatsache mal mit diesem roten hier so ein bisschen rüber gehen. Ich finde, das gibt immer Lippenstiften einfach noch so ein bisschen mehr Farbe. Großes Füßchen. Riecht nach diesen klassischen Menthol-Dingern. Oh, nice Kombi. Nice, nice Lippenkombi. Wie haben euch diese Produkte gefallen? Ich bin sehr gespannt, eure Meinung dazu zu hören. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das war der letzte Teil des Updates. Am Freitag seht ihr das komplette Video zu diesem Ding. Weil das wirklich ein ganzes Video bedarf. Ich freue mich, wenn ihr da einschaltet. Und dann würde ich vorschlagen, war es das auch schon für heute. Und wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf. Tschüss.